2012 war Sarah Kulka, 30, noch eine der strahlenden AnwärterInnen bei Gemani's Next Topmodel. Und auch in Formaten wie Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Oder das perfekte Promi-Dinner war Sarah bereits zu sehen. Doch vor einigen Monaten lernte die 30-Jährige die dunkle Seite des Lebens kennen. Die alleinerziehende Zweifachmutter, die im März nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus behandelt wurde, ist an einer Depression erkrankt. Und das hat auch Einfluss auf die Erziehung ihrer beiden Töchter Mathilda und Annabelle, verrät sie jetzt auf Instagram. Ex-GNTM-Star Sarah Kulka setzt ihren Töchtern mehr Grenzen. Bei uns zu Hause hat sich in den letzten Monaten viel für meine Kinder geändert, berichtet Sarah. Natürlich würden sie nach wie vor bindungsorientiert bzw. bedürfnisorientiert leben, aber aufgrund ihres Gesundheitszustandes gebe es in ihrer Familie inzwischen viel mehr Regeln und Grenzen. Viel häufiger müsse sie jetzt Stopp sagen, um ihre persönlichen Grenzen zu wahren, schreibt das Model. Kinder von Sarah Kulka erleben harte Umstellung. Sarah ist sehr wohl bewusst, wie sehr sich das Leben ihrer beiden Töchter, die 2014 und 2016 geboren wurden, verändert hat. Eine Freundin von mir sagt immer, dass meine Kinder früher im Paradies gelebt haben, und nun das echte Leben sehen, gesteht sie und berichtet auch, wie sehr die Mädchen auf sich gestellt sind. Natürlich haben die Grundbedürfnisse der Mädels immer noch höchste Priorität, schlafen, essen, Toilette. Aber bei den Wünschen muss ich jetzt oft Nein sagen. Früher hingegen habe sie viel Energie und Motivation gehabt, konnte oft die Wünsche ihrer Kinder erfüllen und habe dieses Leben genossen. Doch jetzt zählt für Sarah vor allem, auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen und mit ihrer Kraft zu haushalten. Zweifach-Mama Sarah Kulka blickt positiv in die Zukunft. Auch wenn die Situation aktuell schwierig ist, blickt die 30-Jährige voller Zuversicht in die Zukunft. Ich glaube ganz fest daran, dass ich wieder gesund werde und dann wird es auch wieder lockerere Regeln bei uns geben, auch wenn ich weiter darauf achten werde, meine persönlichen Grenzen zu schützen, schreibt Sarah Kulka. Sarah Kulka.